ja herzlich willkommen und ich darf sie recht herzlich begrüßen hier bei cap trader zum heutigen ja lunch webinar was ganz neues haben uns einfallen lassen und zwar heute einmal speziell mit michael geke der gründer von traderama und herbert robin gründer von finodex wir werden etwas auf englisch und auf deutsch switchen weil herbert kommt aus den niederlanden und spricht kein deutsch spricht englisch und holländisch und da wird michael geke etwas übersetzen ich darf mich recht herzlich freuen dass sie so zahlreich erschienen sind ich hoffe sie können mich hören der ton ist in ordnung und sie können auch ein bild sehen bitte kurzes feedback dann starten wir jetzt auch gleich schon gleich zur historie sie haben ja wenn sie mit uns handeln sicherlich schon mal aktien oder anderes auch gehandelt und jetzt haben wir eine ganz neue möglichkeit trading signale automatisierte trading signale mit einer app mit der finodex trading app bei cap trader umzusetzen das ganze funktioniert mit einem ganz einfachen klick in dem man die order nur noch einmal bestätigen muss auf dem handy wie das ganze funktioniert das werden wir uns jetzt gleich alles einmal anschauen und wie gesagt es gibt verschiedene systeme und wir haben schon lange zeit darauf hingearbeitet und nun endlich ist diese app auch verfügbar deswegen starten wir heute mit dem ersten webinar zu diesem thema und ja ich möchte gar nicht viel erzählen ich möchte direkt mal weitergeben das wort an michael geke der kann dann direkt auch schon die einleitung übernehmen hallo michael kannst du uns hören hallo christian prima wunderbar ich kann dich hören ich schalte mal rüber zu dir ja auch keine ich brauche kein bildschirm ich spreche einfach nur ein bisschen weil der bildschirm muss nachher zu habe alles klar ja also so dann zeigen wir noch mal die homepage so lange ja genau großartig naja ich kann auch ich kann auch mich zeigen ein bisschen das ist auch möglich dann darf ich sie recht herzlich auch von seiten von traderama zu dem webinar begrüßen mein name ist michael geke ich bin gründer von traderama traderama ist ein spezialist für die entwicklung von quantitativen handelssystemen diese quantitativen handelssysteme die nutzen wir um aktien zu handeln als auch indizes zu handeln wir entwickeln systeme auch für futures und andere instrumente und auf traderama.com findet jeder trader eine ganze menge von interessanten systemen die er selber nutzen kann für sein eigenes trading indem wir die signale dort jeden tag an die kunden ausliefern also wir haben uns vor vielen vielen monaten auch mit der frage beschäftigt wie können wir unsere kunden noch besser unterstützen in dem prozess der signal lieferung zum jetzigen zeitpunkt liefern wir die signale viele kunden bekommen die signale direkt per e mail und online auf unserem portal quanttraderama.com direkt zugeliefert und wir hatten dann auch kontakt mit mit finotex mit mit herbert robin im rahmen einer zusammenarbeit auch in holland und da kam ein ganz spannendes thema auf nämlich die finotex app die eine brücke bildet zwischen den brokern und insbesondere den anschluss an interactive brokers schrägstrich jetzt in diesem fall cup trader und signalen die man auf der anderen seite bekommt um das ganze besser zu automatisieren zu vereinfachen gibt es hier lösungen diese lösungen möchte ihn herbert robin heute vorstellen deswegen schicke ich das bild gleich weiter um sie dazu informieren wie das ganze funktioniert esumen hoch und nun ich kann ich den schauschen wie das und jetzt ich kann ich den schrauben ich habe ich denke ich habe nicht ein im Titel 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 Of course, a disclaimer about the information, you can read it afterwards. We are a Dutch software company behind the CopyTrade app, Christian just introduced to you. We have over 50 investment strategies and the platform for signal trading. My name is Herbert Robijn, I'm Dutch, I'm from 1965, and I've been active in software development for financial markets for over 30 years. You look younger, definitely. I definitely look younger. I didn't take my picture from six-year-olds, that's the one my mother always wants me to use in the webinar, so this is more a realistic one. And I started with Finodex. And I want first to say thank you, CapTrader, and I want to thank Christian Weiss for this opportunity to tell your clients about the collaboration we have with CapTrader. We are very proud and very pleased to welcome CapTrader as a connected broker to the Finodex platform. And we are looking forward to provide our services to the clients of CapTrader, with so many people joining during this webinar. And I want to thank TradeRama, our partner, Dr. Michael Keke. We spent many hours together preparing the launch of this Finodex CopyTrade app in Germany. And we are looking forward to a great webinar today and to a successful partnership for all the investors in the German countries. In the next 45 minutes, we will show you around and we will focus on three things. We will give you insight in the Finodex CopyTrade app. We will give you insight in the 50 ready-to-follow investment strategies and in the Finodex platform for signal trading. If you have any questions, please feel free to use the chat function. And for now, I would say enjoy the webinar. When we start with the introduction, I need to give you a quick insight. We have with Finodex built a CopyTrade app. It's a one-click mobile app to follow any of the ready-to-follow investment strategies, receiving trading signals and confirm these trading signals and convert them into orders for the broker with one click. It's very easy to use. It's very user-friendly. And we will give you a live demo during this webinar. And with this CopyTrade app, you have over 50 selected investment strategies available at the touch of a button. The investment strategies range from mechanical trading systems and model portfolios based on equities, options, futures and turbos. And the platform for signal trading is then the backbone and is designed for retail investors like you who want to improve your investment performance. And on our platform, you can copy the performance of your favorite strategies straight into your CupTrader broker account. And please be aware, you remain 100% in control at all times. We inserted a few slides for TradeRama. My German language is not very good. There is some room for improvement there. Michael, do you want to tell a little bit about yourself? Herr Hildrach, aber ich mache das natürlich in Deutsch. TradeRama, für Sie alle ganz schnell nochmal im Überblick. Ein Teil davon hatte ich ja schon gesagt. Wer TradeRama noch nicht kennt, wir sind hier in Deutschland, aber auch in Europa sehr aktiv für unsere Kunden, für ein, nicht drei Kundengruppen, für Do-It-Yourself-Trader. Das heißt, Anleger, die einen CupTrader-Account haben, aber in ihrem CupTrader-Account nach System, Aktien oder Futures treten wollen. Do-It-Yourself-Traders bestellen bei TradeRama direkt online Handelssysteme und bekommen dann die entsprechenden Handelssignale zum selber umsetzen zugefügt. Und jeder entscheidet dann, wie er die Signale dann auch nutzen möchte. Für alle Systeme gibt es entsprechend ausreichend Dokumentation auf unseren Websites, sodass der höchstmögliche Informationsdichte rund um jedes System vor ist. Die Logik bei TradeRama ist, man sucht sich einen Motor aus und sprich ein Quantensystem. Ein Quantensystem ist dann die Mathematik dahinter, wie sie Aktien analysiert und bewertet. Das könnte der Arrow sein, das könnte der Dynamic sein, das könnte der Mount sein. Das sind verschiedene Namen für unterschiedliche Quantens. Und Kunden können diese Quantens kombinieren mit verschiedenen Aktienpaketen, die sie analysiert haben wollen. Wie den Germany 30, das sind die 30 Werte aus dem DAX oder den Germany 100, das sind die 100 Werte aus dem DAX, der HDAX. Aber auch amerikanische, wie vor allem die US Tech 100 Werte und US 100 Werte sind dann S&P beziehungsweise NASDAQ. Für diejenigen, die ein bisschen mehr, die gar kein Interesse haben, das selber zu machen, bieten wir die Möglichkeit, das über Managed Accounts abzubilden. Dann wird das entsprechend gehandelt. Und wir liefern auch Quantensysteme für Wikifolios, als auch für Fonds und hochprofessionelle Kunden im Professional-Bereich, wo große Portfolios bewegt werden. Willst du weiterklicken? Ja. Für alle nochmal ganz kurz, wenn Sie Fragen haben, haben Sie die Möglichkeit, im Chat diese Fragen zu stellen. Diese werden wir dann zum Ende des Webinars nach und nach beantworten. Das sind auch wie gerade jetzt die Frage, was kostet die App und so weiter und so fort. Da kommen wir dann am Ende zu. Okay. Yes. Excellent. Okay. All right. So, last part of the introduction. Hab ich jetzt bei der Rammer alles gemacht und spiele an dich wieder zurück, Herbert. H&N, Jauh, Eurofunkmarke. Okay, du? Ja. So, we continue? Yes. Okay, so the investing is challenging. How do you realize sufficient return on investment with acceptable risks? And look at the report of Morningstar on the research. Less than 15% of active investment funds beat their benchmark. So, 85% does not. How do you deal with uncertainties in the market? And what's the best investment strategy in the current markets? And how do you reduce the impact of emotions? And that's all a big challenge for us as self-investors. The self-directed investors. We are always very interesting in your story. Because, as an investor, you're connected to the webinar. You want to learn something today. You're here to get something from us. And we like to give you something. So, please feel free to use the chat function to share your thoughts and what you're looking for. And why we could help. Of course, we have the bulls and the bears. And one of the good parts with investment strategies is that there are a lot of various choices. And that brings me to the next step in this webinar. First, the Finodex CopyTrade app. The Finodex CopyTrade app is like a copy machine. You see here on the photo. It's like a copy machine for investment strategies. Because an investment strategy will deliver trading signals. As a follower, you will get these trading signals. And you want to copy them into your broker account to duplicate the performance of the best investment strategies with real money in your own broker account as CupTrader. To do so, you copy the trades. And if you copy the trades, you copy the performance. So, it's extremely important that copying these trades is very user-friendly, very quick, and very easy. And that's what we have for you with this mobile CopyTrade app. The CopyTrade software enables you to copy the trading signals, convert them into trades, and follow the performance of the systems you are following with just one click straight in your CupTrader broker account. I'll share with you a few screenshots. This is a screenshot of trading signals. The app is available both in English and in Dutch. And in the trading signal overview, you have colors, which give you insight if you need to take action or not. And you can confirm your trading signals with one click. The app is available for iOS on your Apple device. And it's available for Android, like the Samsung Handys. How to copy the ROI is, in this ideal world, just confirm the signal. So, if you confirm the signal, your trades will be submitted to CupTrader and will be executed. There you see a few screens. Now, I would like to give you a three-minute demo. And we will explain during the day, know what's happening, what we recorded for you yesterday with a live account, with live money, and see how it works. Welcome at the Finitex mobile CopyTrade app. You can use our mobile CopyTrade app to easily receive and confirm trading signals of your favorite trading systems and to send your orders straight to your broker. Here, you can see the push notification of a trading signal being sent to your phone. You can easily open the signal by clicking on the push notification. The mobile CopyTrade app opens automatically and you will be directed straight to the screen that shows the trading signal. Please read the details of the trading signal carefully. In this example, the signal contains an open buy of 15 shares buy-on and an open buy of 10 shares SAP. Click on Confirm Signal if you want to validate the signal. In doing so, you convert the trading signal into an order for the broker. The software of the Finitex platform will then send the order to the broker. As you can see, the Finitex platform software converts the signal into an order for the broker for execution in just one click. Now, go to My Trading Signals. Here, you can check immediately if the order has been executed. As you can see in this example, the trading signal will show up in green when the order has indeed been executed. Click on the signal to read the order confirmation. Go to My Orders and Trades via the main menu of the CopyTrade app to browse through previous orders. Click on the most recent trades to get the full details. In this example, you would click on the top two trades. And this will tell you exactly at what price the orders have been executed. If you want to check the changes in your broker account, go to My Broker in the main menu. At My Positions, you can view your positions per trading system or model portfolio. Of course, you can also check the positions and trades via your broker app, just like we did with the Finitex mobile CopyTrade app. Here, you can view the positions that have just been opened following the signal we confirmed earlier. As you will probably know, you can also view orders and trades to check the most recent changes to your account. Now, let's switch back to the Finitex app. You can view your account details via the dashboard, as well as trades and orders and open positions for each system or model portfolio you are following. All nicely presented in one single view. And to end this video, we will return to the main menu of the app. From the main menu, you can easily navigate through the app to find all the information you need. Thank you for watching this brief demo. Thank you very much, Mariette, for this clear explanation. So, this is how it's going in the Finitex CopyTrade app. And I would say, easy does it. You can sit down or lay down and relax and just click the button to follow your favorite investment strategies. So, let's talk about the investment strategies. Investment strategies is a bit of a challenge for all of us. So, you are in good hands here. We have selected a range of investment strategies and we give you the opportunity to choose instruments you want to trade, like stocks, options, futures or turbos. You also choose your initial capital you want to follow with the investment strategy. You can then look for the right balance between the reward and risk. And you should know that these systems have consistent trading rules and a number of them have mechanical trading algorithms, leaving no room for emotions. If you look at stock model portfolios, there are around 25 of them. And if you log in into the platform, and I will do that later during the webinar, you have a good insight in all the returns on investment. These are all the trading results, the gross results, for year to date, three months, 12 months, 24 months, and since the start that they run. It also gives you insights in the average performance per year, the risk number, which is a standard deviation on a monthly basis, and the minimum capital you need to follow the strategy. We do this for stocks. We have a similar list for options. And we have a list for futures. And you can simply sort and select these strategies, and I will show it live in more detail. If you talk about the platform for signal trading, because that's the next step, you first select your favorite investment strategies, then you connect your CapTrader broker account, and then you start to copy the performance straight with real money into your own broker account. If you want to select your favorite investment strategies, you go to the all systems menu. It's there as soon as you log in with your Get Started free account on the Fingerdex platform. You can select if you want to trade stocks, options, futures, or turbos. So you can trade in instruments, which are your favorites. You can also select a list of preferred signal providers. So we provide signals by ourselves, and we work together with a number of signal providers. So Algo Trading Trade Rama, this Mika Keke, is one of them. We have Beleg.com, we have the BFM model portfolios, we have Finodex, we have Finodex stock portfolios, and we have Flex Trading with futures. So it's easy for you to dice and slice. Connecting your CapTrader broker account is also very easy. In the My Broker screen, you simply go to Add Broker Account, and you give your account name, which you have, like your U-code, U12345. And when you hit the button Add Broker Account, an email will be sent to CapTrader to validate your account for copy trading via the Fingerdex platform. And then you can start to copy the performance, like you've seen with the mobile app, and here you see a screenshot on the web, because the signals are distributed in various ways. The Fingerdex CopyTrade app is the most favorite one, but there are also people and clients who follow via the platform on the web, who follow via email, or via text or SMS, how we call it in the Netherlands. The dashboard, which you already saw in the mobile app, is a very nice view to give you direct insight in your broker account. The most recent trades are there, and your open positions are available, including your net liquidation value. So, let the software do the work for you. That's my message in this one. If you want to find out more, go to Fingerdex.com to get the information. Now, the question you might have is, say, okay, I want to do signal trading via CapTrader. What should I do? And to start to copy and trade selected investment strategies via the Fingerdex platform for signal trading on your own CapTrader broker account, you can do so in seven simple steps. And let me guide you. Step one, you register via Fingerdex.com with the Get Started Free. Here you see the website. If you go to Fingerdex.com, please be aware you can choose between English and Dutch. And if you, by default, you will get an English page and you click on the Get Started Free, the right button in top, and you can enter your details and you get a free account. No strings attached. The next step is that you log in and find your preferred strategies via all systems. You look for the desired instruments, equities, options, futures or turbos. And let me show that to you in real life. So I will switch to the browser and I go to the all systems. So I'm logged in. Oh, I need to log in, sorry. Nice that you took the most powerful trading packages of TraderRamania. Yeah, I think the dynamic systems look really great, Michal. Thank you. Let's see how you, let's check how you select them. Yeah. So as an investor, we say, okay, you like to trade stocks. There are 20 strategies for stocks available. So you just click the button and the system will display them in alphabetical order. And then you might say, okay, let me look at the 12 months performance, because it's very interesting to see what's happening the last year, especially with the markets going down and coming up again. So here you see a system with the stock portfolio for solar energy generating 38%. And you see the new dynamic US 100 and the dynamic US tech 100 with 27% and 17%. If you want to know more details, you simply click on the name of the system and you will get the insights. It will give you the characteristics on top of the screen. So the year to date performance, the three months and three months performance means three calendar months. So the last three calendar months, which are finished on this way, March, April and May. June is not included in the three months then. The 12 months performance plus 27.3 and the 24 months performance plus 34%. The performance since the start that includes backtesting is 139%. The average performance per year, the risk number, the risk number is very low, 2.9. And you can start to follow this. Can you explain about the risk number, what the range of the risk number is? Yeah, the risk number, and that's, I should show you then the list with all the systems. Then you can simply see it. A lot of investors. Yeah, well, a lot of investors look for the return on investment. Because everyone wants to gain money. So they will do the highest return on investment. But it's also important to look at the lowest risk. Because as long as you make profits, it's all fine. But when you start to lose money, risk is very, very challenging. As you see this solar energy, it's a very nice portfolio. It has a great performance. But it has a risk factor of eight. So that's much higher. And if I sort on the other side, you see this dynamic US 100 has only 2.9. The same as a dividend portfolio. So the range is between 1 and 10? Yeah, it can be even higher. If you look at the future system, it looks at a standard deviation on a monthly return on investment. Ah, okay. It's difficult for an end user, for a retail investor, to say exactly, okay, this is the risk number I like. But it's more to give you the insight if you compare systems. Here you see then the historical performance. And both in a chart and in a table form. So what you see is the dynamic. The dynamic took a little bit the dip in 2020. But then the bounce from the bottom in March, by mid of March, was very nice taken up. And now even this strategy has a year at all-time high on the whole strategy. Yeah. 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 And it's very, very interesting to see in the chat for all the investors following now. Okay. What did they do? Did they sell in March because they're losing money? And if they sold, did they buy? That's the emotion people have when you invest on your own. And that's the beauty of following systems like a dynamic US 100, where you will be guided. And with a single click, you can follow and copy the performance into your account. Now, the dynamic, to give a comment about this, the dynamic algorithm has an adaptive stop-loss management. And it's designed to protect against immediate losses. But if trades develop on a nice way, then dynamic will let these trades flow. Therefore, the trading period in every trade varies between a couple of days and about 50 days. If the trade performs very well, we don't stop them out. Yeah. Also, Michael, du kannst auch Deutsch sprechen. Ah, ja, sorry. Aber, ja, manchmal vergesse ich das. Wenn das für die Teilnehmer okay ist, alles auf Englisch, also sie müssen sich melden, wenn irgendwas nicht verstanden wurde, kann man das gerne nochmal übersetzen. Ich werde das gerne nochmal auf Deutsch. Ja, manchmal vergesse ich das. Okay. Kein Problem. Ja. We'll explain it later in the webinar once again. So, that's step two. You find your trading system you want to follow. Step number three is you subscribe to your preferred strategy. And you can do that simply with the button on the screen. You can say order now. And with order now, you come into an order screen. You choose the period you want to run for a one month or a three month or a 12 month period. You see your price. We will give you a discount code at the end of this webinar, which makes it even more attractive. And you can simply pay online and you're ready to roll. Step four is you request to copy trade via your CapTrader broker account. So, that's the screen, which you have already seen. You enter your account name and a message will be sent to CapTrader to verify and validate that you can start copy trading via the Finodex platform to follow your preferred investment strategy. Step number five is that you connect the strategies to your CapTrader broker account. You do that manually because this is self-investing. This is not asset management. So, we can't do that for you. You need to do that yourself. You click on the button for my settings. You will say, I connect my account. And you start to copy trade. It's a few clicks. And we help you with these settings. Of course, we advise you to download and install the Finodex copy trade app to make your life even more easy. Step number seven is now you're ready to receive trading signals on the mobile app. Copy trade with one click to submit orders to your CapTrader broker account. These are the seven easy steps to start with signal trading via CapTrader. Let's have a look at live trading trading signals. We want to give you some more insight in the new trade drama system, Dynamic US 100. We saw already a few things on the screen. And I think, Mike, it's good that you explained that in your own German language to all the big group of people waiting for an explanation. The Dynamic US 100 is a, the hatte ich ja schon eingangs erwähnt, Der Dynamic US 100 ist quasi der Quant, das Quant-System. Und dieser Quant hat mehrere Varianten. Vor allem hat er im Stop-Management eine schöne Variante. Er hat die Eigenschaft, den Stop dynamisch zu gestalten. Bei Trades, die sich nicht positiv entwickeln, zügig aus der Position rauszugehen. Und bei Trades, die länger laufen und auch sich positiv entwickeln, den Trade auch länger zu halten und dabei das Risiko vom Trade entsprechend zu managen. Grundsätzlich steigt der Dynamic über einen Reversal-Mechanismus in den Markt ein. Das heißt, wir steigen nicht trendfolgend ein, sondern eher aus einer Trendumkehr heraus. Und der Dynamic hat auch bei dem US 100, das heißt, er analysiert das Spektrum aller 100 S&P-Werte, des S&P 100, nimmt aber aus diesen S&P 100-Werten nur maximal 10 ins Portfolio auf, um auch einen Cap zu setzen, was die Anzahl der Positionen angeht und somit das System auch managebar zu machen. Weil wenn klar ist, dass nur 10 Positionen aufgenommen werden, kann man auch den Kapitaleinsatz, den man für das System zur Verfügung stellt, genau bemessen. Gut. Gerben, an der Bild. Gut. Something about the results for the 12th last month. We like to check. So we imported all the trades done. Und der 12-months P&L, oder Return on Investment, related to the 25,000 Euros, was plus 27.3%. Das ist interessant, weil der S&P 100 went plus 14%. So, der Dynamic US 100 outperformed die Benzmark hier, mit der Difference von plus 12.9% des Points. Der Grund, der auch hier eine Outperformance zeigt, ist, weil wir natürlich nicht den ganzen S&P benutzen und dann den ganzen S&P drin, sondern wir holen uns immer nur aus dem S&P 100 die 10 interessantesten Werte ins Portfolio und lassen die anderen 90 weg, die uns nicht viel Performance liefern und konzentrieren den Kapitaleinsatz dann auf diese 10 interessanten Werte für eine bestimmte Periode. All right. Cool. So, in summary, the advantages of the Dynamic US 100, Michael. Pardon? Can you explain the advantages, please, of the Dynamic US 100 for the clients? Ja, wie ich auch schon gesagt habe, große, große Vorteile. Das System hat einen relativ guten und attraktiven Return on Investment, ist vom Stopp-Management her nach unten klar abgesteckt. Es analysiert das gesamte Spektrum aller 100 Aktien im S&P, nimmt aber nur 10 ins Portfolio auf, steigt über einen Reversal-Mechanismus ein, versucht damit aus dem Reversal-Mechanismus gleich den Trade eigentlich in positiv laufen zu lassen und hat eine variable Länge, wie lang der Trade benutzt wird und auch gehalten wird. Das liefert ihm am Ende des Tages diese Performance auch bei einem sehr attraktiven Risikoverhältnis. Das sieht man auch am Shape von der Kapitalkurve, die im Verhältnis zu dem S&P ganz verbesserte Drawdowns hat. Ja, okay, thank you. Thank you very much. So, we will say, let the software and the algos do the work for you. Dynamic US 100. And you can better sit down and relax instead of analysing all the numbers yourself. So, please visit finnadex.com, get started free and start investing the easy way. How to join? That's one of the questions we see in the chat already. Well, how to join and what do you get? Let me explain. The future is calling. Of course, we make a special offer for you today to start following this new TradeRama system with a dynamic US 100 model portfolio. What you will get is the idea of buy low and sell high. The CopyTrade software is included and it also provides some extra functionalities like an Algodilo to try to trade on better prices than purely the bid and ask. So, you will receive the trading signals, the signals with EastTrade and you can use the CopyTrade functionality of the platform for free. It's included in your subscription. So, you only pay the transaction fees to a CapTrader for your execution but there are no extra costs on the platform. You can use the mobile CopyTrade app. Super nice. CopyTrade via your mobile. You should be aware when you get a trading signal with six different trades that you need only one click to execute this signal into the order for six orders to the broker. You will receive daily position updates after market close to give you insight in the behavior of the equity curve. You will receive them automatically in your CopyTrade app. You can receive them in email and you can also watch the performance on the website. So, your return on investment is always up to date on the fingerdex.com portal. We are independent platform and transparent. When you join us we will give you a VIP onboarding VIP. We will help you. You can reach us via email. We can reach us via the chat via the website and we can help you on the phone via plus 31 for the Netherlands 851050530. And to make it extra attractive for you we give you a special offer today. We don't charge 139 euros per month but only 49 euros for the first month. And you can do so with the discount code DYNAMIC6. And let me show it to you in practice. If I follow this system with DYNAMICUS and you have the one month with outdoor renewal I say DYNAMIC6 I apply the discount code and you see it's only 49 euros. It's that simple. So until tonight this coupon code this discount code is valid. And you can start to copy the performance of the DYNAMICUS100 model portfolio via CapTrader the other day. Let's move to the Q&A questions and answers. I've seen a few questions already and let me give me a few seconds to have a quick look. I see here the question for the Q&A. Genau. Ich kann das gerne mal durchgehen die Fragen die hier gekommen sind. Einmal die erste Frage war schon was kostet die App? Also die kostet natürlich nichts. Die ist kostenlos. Wie bieten wir Ihnen kostenfrei an? Das heißt da haben Sie keine zusätzlichen Kosten was das angeht. Da kommt eine Frage funktioniert dies alles auch mit Konten bei IB. Also wir haben jetzt die Partnerschaft mit Finotex also mit CapTrader das heißt Sie müssten schon Kunde bei CapTrader sein und dann profitieren Sie von diesen Vorteilen der Kooperation. Ja korrekt. Genau dann kam eine Anmerkung noch zur Performance ja die Performance reduziert sich um 5% durch Kosten also das kann ich jetzt nicht so bewahrheiten weil Sie ja relativ geringe Kosten haben gerade bei US-Aktien also Sie wissen ja Sie haben eine Minimumgebühr von 2 US-Dollar und ja das ist also die Kostenseite sehr sehr gering deswegen sollte die Performance nicht wirklich groß beeinträchtigt werden. Es kommt natürlich immer auf die Positionsgröße an die Sie da eingehen pro Trade aber Sie werden ja nicht eine Aktie für 50 Euro oder so kaufen das macht ja wenig Sinn okay ich schaue noch mal die nächste Frage ja genau Herbert where can we how can the clients see the differences between the strategies where can they see yeah how the strategy works and so on is it possible if they log in for free and then they can see the strategies this is absolutely yes and I think Christian that's very important to mention people can register for free no strings attached so you go to the finger to finger dot com you look for the language if you like it in Dutch you click on the Dutch flag if you like it in English you click on the English flag and you click on get started free it's a simple registration with your email first name last name you will receive an email and you can log in and as soon as you log in you have insight into the performance of all these systems so you go to the all systems menu you go to the all systems menu and you can start to search what you like to see for stocks for options for futures and for turbos okay and then you click on one strategy and you see the details right yes so sehr einfach wenn man Aktien handeln möchte kann man oder stock ja Aktien handeln möchte dann gibt es dort die liste aller signal anbieter sieht das ganze menge von verschiedenen anbietern die hier stock aktien aktien portfolios anbieten man kann auf die einzelnen systeme klicken in den einzelnen systemen gibt es dann eine darstellung und beschreibung der einzelnen systeme was wohl wichtig ist ist dass man sich jedes system einfach im vergleich ganz gut anguckt und sich dann seine meinung bildet und sagt okay dem einen system folge ich oder dem anderen system aber alle systeme können dann am ende des tages auch in die mit cup trader angeschlossen werden ja das genau ja und es ist nur ein zu sagen hier so wenn du start zu trade stocks ist sehr easy people are of course they need to arrange their trading access so people can trade stocks because we don't trade the customer itself is trading and you have all the insights of all these strategies so there's no limitation people can look around you can look at your charts you can look at return on investment as a percentage but you can also look in euros or in US dollars you see the percentage tables here you see also the difference for this portfolio and there is some simulation has been done from 2015 March 2019 and then the results from live trading start in April 2019 with a short description and including some performance statistics it's all available we have seen it in the bottom the number of trades and so on and all the details of the strategy also we have more mehre also die Dashboards für die einzelnen Strategien die sind bei 90 noch ziemlich umfassend dargestellt da gibt es glaube ich eine ganze menge von kennzahlen die jede einzelne strategie beschreiben sind sehr schöne grafiken die man das auch von der seite der shapes der entsprechenden kapitalkurven sieht und wenn es irgendwelche kennzahlen benötigt die noch darüber hinaus sind ja dann muss man eben sich direkt bei Finotex melden ok ja wenn die app kostenfrei ist was sind die monatlichen gebühren gut die gebühren die anfallen sind halt für das abo der strategie ja das sind richtig also die gebühren sind entsprechend der strategie also die app selber ist ja kostenlos und dann sind je nachdem was für eine strategie man fahren und dann kommt im Prinzip nur die abonnementgebühr der strategie hinzu und die Transaktionskosten bei Cup Trader aber das ist ja dann hat man die Total Costs im Prinzip genau jetzt kommt noch eine Frage welche laufenden Kosten entstehen bei Traderama zusätzlich zu Finotex keine keine richtig also ist ganz wichtig sie abonnieren die Systeme bei Finotex direkt und haben vollen Zugriff auf die Systeme genau okay eben zu der Anfangsfrage die Performance Reduktion durch die Kosten card durch die monatliche Gebühr der Abos die spielt natürlich damit eine Rolle auch und die Order Gebühren richtig weil sie abhängig davon wie viel man selber Kapital einsetzt das muss dann jeder kann jeder für sich dann nochmal selber rechnen wenn einer mit 500.000 kommt ist ein anderer Faktor als wenn man es mit 25.000 Euro tradet dann fallen die Fixkosten natürlich anders ins Gewinn ganz klar gibt es Minimum Einlagen das haben wir schon gesehen also neben jeder Strategie sieht man Minimum was man ganz rechts genau Minimum Kapital damit die Strategie sinnvoll umgesetzt werden kann bei Dynamics sind das 25.000 Dollar genau geht das Ganze auch mit Optionen haben wir auch schon beantwortet also das ist auch möglich wenn Sie jetzt nur Optionen suchen if you only want to trade Options it is also possible to trade Option System können Sie die Option sehen ja so if you look for the Option Strategies ja so hier you see different Option Strategies also man kann hier die ganzen Options Systeme sich 16,000 Euro one of the two this is a system a monthly Option System trading short put spreads on the Dutch Index the AIX live trading since April last year and yeah what's what's very nice to see for a lot of investors one year ago we started here and this is the upside of course the system was losing money at the end of February maybe he did very well we lost some money early January we did a good recovery and then with a short put spread you lose some money when the market is collapsing but the nice part to give is that the risk is very limited so normally we trade with like a 20 point short put spreads and there is no stop loss included because we have stop loss with the long put at the bottom side and at that moment I think we had something like 600 620 short foot spread and we expired on 480 so these accounts so that these contracts were settled for 120 and 140 euros per contract multiplied by 100 but the nice part then is yeah it's very limited risk all these strategies are very offensive that's for sure but yeah the risk number is realistic for options with 7.7 vielleicht nochmal auf deutsch das ist eine short put strategie eine spread strategie und durch den spread bei den optionen haben sie ja das risiko limitiert sozusagen ja man verkauft einen put und man kauft einen put zur absicherung darunter und auf die differenz der beiden optionen ist das risiko begrenzt genau also es gibt auch Systeme für Optionen ist ganz interessant wenn sie sagen gut ich habe vielleicht mein eigenes Aktien oder Future System da möchte ich jetzt nicht von ab und sie möchten noch zusätzlich zur Diversifikation vielleicht ein solches System dazu nutzen dann haben sie also die Möglichkeit obwohl sie selber ja keine Optionen handeln das natürlich hier automatisch dann mit einem Klick zu machen ja der große Vorteil vielleicht auch nochmal mit so einer App wenn Intraday Signale generiert werden dann kommen die Signale direkt auf die App und man kann sie von der App aus dann direkt in seinen Account rüberspielen ohne dass man den Account aufmachen muss ohne dass man hier verschiedene Zwischenlösungen braucht selbst wenn man unterwegs ist kommt ein Signal rein spannend will ich das handeln Entscheidung und dann kann man das weiterverfolgen mit einem Klick und man verpasst relativ wenig und man hat immer die Möglichkeit dann auch zu reagieren egal wo man ist weil man ja alles im Prinzip als Signal auf das Handy bekommt und dann entscheidungsfähig ist auch alle Intraday Signale das Handy hat man in der Regel sowieso dabei das heißt auch wenn man unterwegs ist und das Schöne ist natürlich dass man direkt eine Nachricht bekommt und einfach nur mit einem Klick wenn man sich dann einloggt dementsprechend den Trade bestätigen kann also ist schon eine super Sache also gerade von der Technik her die es ja heutzutage gibt wird hierdurch genutzt und sowas wäre schon vor vielen Jahren natürlich undenkbar gewesen aber mittlerweile ist sowas alles möglich man braucht natürlich Internet Zugang und so weiter aber die meisten Handys oder Smartphones haben das ja und deswegen ist ja wie lange sind die kündigungsfristen vielleicht dazu nochmal wo sind ja terms und conditions der road are terms and conditions they are available in english english the the question was when you have notice period ja sorry but once again please ah yeah that depends on the subscription people do so what's interesting here if you look at this your food spread system if you have a one year contract a month month contract it's 97 euros per month then there is only no notice period so if before the end of the month you cancel you're done so you your subscription fee is only 97 and it's recurring every month again and again if you say hey that's nice that's around 1180 euros per year but if we go for an annual subscription and you pay it once then you only pay 66 euros per month so we give a huge discount on that you will see that in in eight months time if people pay for eight months we pay for September October November December December with this system as an example and that's also what you see with the dynamic US system and it is a use discount if you go for a yearly subscription and when I need it to check that it not verlengd word yeah a yearly contract one month before the contract expires okay man muss ein monat bevor der ein monat bevor das abonnement abläuft die abonnement periode muss man kündigen ja korrekt dann warst frage ok 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 dankeschön gut ja das die nächste frage also gibt es auch eine kostenfreie test test möglichkeit is there a free trial possible or there is a free account so as a member you can get free access you can look around whatever you want but if you want to start trading there is a subscription fee okay looking at the special offer which Michal is doing today for 47 euros it's a I don't know exactly how to say this in German or in English but it's only charging 47 euros and the reason for doing so is to give all these retail investors today who joined the webinar the opportunity to do a very small micro investment and micro commitment and they can trade around and it's a choice to say okay I connected straight to my cup trader account and you think I first want to get to know the mobile app a little bit better and the trading signals well then spend the first two weeks on getting these trading signals and learn how it's working and when you're ready you enable your cap trader account and clients can do that within a few minutes good thank yeah also wie gesagt es gibt diese dieses spezial angebot für cap trader kunden jetzt hier wenn sie das heute noch in anspruch nehmen möchten was schon eine sehr sehr gutes angebot ist und damit können sie das für einen monat lang sozusagen zu einem sehr günstigen preis testen okay ich glaube ein großer Vorteil ist der Service von Finotex in Bezug auf Fragen zu beantworten und auch das ganze zu managen ich denke da wird Finotex gerne persönlich unterstützen bei jedem um ihn da optimal reinzubringen und eben nachher auch die Vorteile die die App bietet auch voll nutzen zu können da wird man am Anfang sicherlich ein bisschen was lernen müssen wie die App funktioniert aber wenn man weiß wie die App funktioniert und wenn man seinen dann wird es das ganze Thema Management von Trades im Cup Trader Account sicherlich substanziell vereinfachen ganz genau dazu kommt auch die passend die nächste Frage eigentlich auch zur Vereinfachung wird ein Trade automatisch geschlossen oder muss ich selbst aktiv werden ja also sie bekommen wenn der Trade geschlossen wird bekommen sie wieder eine Benachrichtigung genauso wie beim eingehen des Trades also open und close wird komplett gemanagt von der Öffnung bis hin zum schließen genau und sie müssen dann das schließen sozusagen einfach mit einem klick bestätigen und schon ist die Position abgeschlossen sie brauchen sich um nichts kümmern sie müssen dann dementsprechend schauen wenn das signal kommt dass sie das auch akzeptieren ok ja das Webinar wurde aufgezeichnet der Cup Trader Account der so dass der Cup Trader Account was die Positionen angeht mit den aktuellen Signalen auch immer synchron läuft genau ja das Webinar haben wir aufgezeichnet und steht Ihnen dann auch zur Verfügung gut prima ich sehe keine weiteren Fragen dann danke Herbert danke Michael für dieses interessantes Webinar und wir freuen uns dass wir da mit dabei sein dürfen und dass wir unsere Systeme bei Finotex da auch zusätzlich mit einbringen können das sichern eine spannende Plattform natürlich haben wir unsere eigene Plattform bei Traderama und bieten unsere Systeme von hier aus an aber die Zusammenarbeit mit Finotex dort auch Systeme zur Verfügung zu stellen das macht uns sicherlich eine spannende Sache und wer das nutzen möchte er kann das gerne mit Finotex besprechen genau wo kann ich mich heute noch anmelden kommt hier gerade noch eine letzte Frage rein sie gehen auf genau wie sie es jetzt hier sehen und dort können sie sich kostenfrei registrieren und dann können sie den Code nutzen hier dynamic 6 dynamics is dynamic 6 wenn sie wenn sie dein das angebot in anspruch nehmen ja und es sehr easy so as soon as you are logged in so you go to get started free you receive an email you log in make sure you go with the english one you click on stocks or you can say I select a provider algo trading trade drama you click on this dynamic us 100 you see the order now button yeah there you are and now you can choose so if you go for 12 months you do dynamic six then you only pay 899 for 12 months which is equal to 75 or you say well give me the first month trial do the dynamic six you only need to pay 49 euros you can be you that I know talk you have I seen and why performance difference between depot and anbieter how do you mean you that you can you noch mal genau schreiben vielleicht können sie da noch mal drauf das noch mal wäre detaillierter schreiben da ist ein unterschied in der performance ok vielleicht können wir noch mal ein system anschauen system beginn ja jetzt diese performance performance ok ok was meinen sie genau ok ja also das ist hier wirklich die die getradete performance da gibt es keinen unterschied ja also ich weiß nicht woher sie das kennen von forex auto tradern schreibt schreibt hier gerade der teilnehmer ok also hier kann man wirklich die performance sehen wie sie auch gehandelt wurde ja das ist eins zu eins die performance und wir gehen hier übrigens wir gehen nicht mit market orders hier in die dynamic funktioniert nur mit limit orders das heißt wir gehen limit in den markt und wir gehen limit wieder aus dem markt lassen uns also die positionen über limit wieder in den markt einfloten es sei denn es sei denn die limits werden entsprechend zur eröffnung gar nicht in der limit order sondern über eine market order platziert das passiert dann wenn die marketeröffnung beim kauf unterhalb der limit order ist dann gehen wir natürlich market in den markt weil wir unterhalb vom limit sind genauso bei der verkaufs order wenn wir limit verkaufen und der markt eröffnet in der aktie höher als das limit wird market natürlich verkauft ist klar und beim stopp management da gehen wir zur eröffnung raus auch market ansonsten sind alle trades als limit order im markt stehen die dran das sehen sie dann auch in ihrem cup trader account die signale haben dann sehen sie dort dass in ihrem cup trader account limit orders platziert sind so wie sie dann auch für ihre app entsprechend sie werden auch erst dann ausgeführt wenn das limit geholt ist es gibt aber auch systeme da wird quasi eine limit order übermittelt und dann wird per market auch das system ausgeführt also es gibt unterschiedliche klar ja es gibt unterschiedliche systeme gibt natürlich auch market systeme also systeme die auf market basis die signale reinschicken das heißt wenn man bestätigt wird die order gleich als market natürlich ausgeführt sind zum momentan hat also wenn man jetzt mal von dem trader amma system besprechen dann wir haben nur die limit limit systeme aktiv gegebenenfalls in der zukunft andere systeme aber noch mal drüber reden ich sage danke und wünsche ihnen noch schönes wochenende schön freitag schön das wochenende und in ein paar minuten spannende payrolls ganz gut ganz genau danke vielen dank christian thank you very much and thank you very much all these updated lines taking the time to watch the show ok ja genau von mir auch schöne zeit schönes wochenende und bis bald bei den nächsten wieder